Oh, fuck. Du musst in der Hand... Da, 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 da! Duck dich runter! Ja, ich stehe voll. Ja, ich stehe voll. Ja, da stand ich ziemlich blöd. Ich hab gedacht, ich hab ja einigermaßen Schutz gerade. Da lag was. Oh. Nimm das doch mit! Meine Fresse. So, duck dich. So, Ruhe. War doch gar nicht so schlimm. Ja, die ist bestimmt auch irgendwo da. Und vor allem müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir ein bisschen was Tolles finden. Ah, ach so, das irritiert mich immer total. Diese blöden Gastbundels, die will ich eigentlich gar nicht mit mir schleppen. Das ist gut. Das ist noch besser. Oh, Granaten sind auch schön. Na, das ist noch ein Teil. Ist da was drin? Ne. Ding, 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 ding. Hört sich schön an, wenn die so rumpoltern. Also, ja, weiß nicht. Ist Chloe den Bus gefahren? Ich weiß wahrscheinlich. Oder sie hat jemanden dafür bezahlt, dass der hier reinrast. Hm. Wir schauen gleich mal. Nix. Schrei ruhig rum. Oh. Ja. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Ich muss einen anderen Weg finden. Was ist das denn für ein Maschinengewehr gerade gewesen? Aha. Guck mal, es ist ja besser. Ich habe gerade so... Es passt gerade zwar überhaupt nicht ins Thema hier rein, aber ich glaube, ich habe die Befürchtung, ich habe gerade nicht meinen Ton synchronisiert. Das heißt, ich habe beim Nachhabein-Zusammenschneiden-Probleme. Ah, schauen wir mal. Ich glaube, ich habe es vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich komme da echt nicht hoch? Auch nicht hier? Okay, ich darf da nicht lang. Ja, gut, dann suchen wir uns einen neuen Weg. Ähm. Hm. Da? Durch die Tür. Ah. Sehr schön. Okay. Ist auch total... Die geile Leiter hier gerade. Rüber. Okay, dann das Regenrohr. Ähm. Ja, da rüber zu den Steinen. Dann um die Ecke. Dann dahin. Ach so. Da rein. Na und. Da sind wir. Sehr schön. Ja, läuft. Da kann ich raus. Muss ich wahrscheinlich auch. Hoppa. Oh Gott. Das war schon mal bessere Zeiten erlebt. Puh. Ist da noch was im Klo drin? Nö. Dann lass dich mal fallen. Okay. Ist das nur Wasser? Ja. Toll eingeparkt. Ja, hab ich auch gerade so gedacht. Im gleichen Moment. Ah, sehr schön. Ah, ich kann wirklich am Schrank entlang? Ah, geil. Das war sogar der richtige Weg. Ist da drüben was? Da komm ich ja gleich hin. Ja, vielleicht. Hm. Na gut. Dann mal hoch. Oh nein. Aha. Das ist ein bisschen zu groß für mein Kaliber hier. Wenn sie jetzt hier mit dem Kampfhubschrauber ankommen, soll ich ihn da noch gegen ausrichten, bitte? Ist nichts. Ja gut. Hier weiter. Ach, hi. Ah, sehr geil. Das ist ja mal eine geile Waffe. Mhm. Der hat noch Muni für mich. Das ist gut. Ja, ich könnte jetzt am Regenrohr endrunter. Endrunter. Oder da vielleicht mich festhalten. Ähm. Ich glaube, ich muss runter. Oder auch nicht. Ja. Run die Straßen. Okay. Die Musik ist wieder so schön. Geil. Richtig schön spannend. Ach ne, die lasse ich mal weg. Behalte mal das Maschinengewehr. Und die kleine Knarre. So. Oh, Masken. Ähm. Okay, ganz ruhig. Oh, der ist schon mal ruhig. Bis dann. Läuft ganz gut, ne? Jetzt müssen wir es da mal hinschmeißen, da hinten. L1 und L2, ne? War das nicht so? Oh, Mann. Das war schlecht. Hey! Hey! Bist du! Oh! Oh! Naja, ich weiß, ich kann zoomen, aber aktuell brauche ich es ja gerade nicht. Da oben ist noch einer. Ins Bein geschossen. Und du bist tot. Sehr schön. Da sind noch mehr, ich höre es ja auch. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Sachen gehabt, die ich hätte einsammeln können. Ja. Da ist noch Munition. Ah, da. Ah! Das ist ja... Äh, die Waffe ist aber schon mal. Du bist tot! Oh! Ruhe im Karton. Hat der ja auch Muni gehabt? Ach, der hat nur Uzi. Ah, der hat... Ich kann das Schild nehmen? Echt? Warte mal. Ich hab' das gesehen. Ja, geil. Das ist aber cool. Das ist gut. Das ist gut. Hahaha. Ha ha ha. Ah. Oh. Geil. Wie kann ich das denn wieder abschmeißen? So. Geile Sache war das eben. Mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Wahrscheinlich ist die Gefahr noch nicht ganz gebannt, aber... Ich möchte ungerne das hier alles einfach so liegen lassen. Komme ich da irgendwie noch hoch? Da vielleicht, warte mal. Hier komme ich aber schon hoch. Ja, komme ich auch. Geil. Sehr schön. Vielleicht muss ich ja sogar hoch, ich weiß es nicht, aber... Na gut, Granaten ist okay. Das war's schon wieder, ne? Schade. Da ist eine Waffe. Die Musik ist gerade richtig schön, muss ich echt sagen. Ja, nee, ich möchte ja nicht... Ach, ich weiß, es ist beides fast leer, ne? Ah, okay. Oh, kack. Oh, kack. Oh, kack. Fuck, ey. Okay. Missed. Bis jetzt. Oh, geil. Ich weiß völlig, wer das war. Ah. Steht da wie Ada Wong. Oh. Hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ja, hallo. Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir dann? Ah. Ich habe keinen blassen Schimmer. Leider. Aber ohne das Ding kommt Lazariewicz nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate. Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt Hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist, ähm, eine gute Idee. Na dann komm. Jep. Da liegt ein Raketenwerfer. Den könnte man mitnehmen. Er ist weg. Nein, er ist weg. Das nehmen wir mit. Warum lag das da vorhin nicht schon? Komisch. Ja, weiß ich nicht. Ist die... Ja, gut, die Uzi hat noch ein bisschen. Was weiß ich, behalte ich es immer? Ich behalte mal Uzi und ich behalte dieses geile MG hier. Hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen Munition dafür finden. Hier zum Beispiel. Jetzt habe ich mich da gar nicht so richtig umgeguckt da hinten. Ich habe mich zwar hier irgendwo verschanzt. Aber ich konnte mich nicht umsehen. So. So ein Waschsalon. Komm. Ja, und ließ sich nicht öffnen. Ich suche einen anderen Weg. Ähm, ich finde es halt nur so witzig, dass, ähm, das wollte ich jetzt sagen, das habe ich schon vergessen. Scheiße. Ach, Mann. Ist weg. Oh, das kann nicht wahr sein. Gerade eben wusste ich es noch. Ja, Tipp. Vielleicht komme ich damit hoch. Ja, 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 ja. Ähm. Ach so, ja. Dass sie sagte, weißt du eigentlich, wie viele, äh, Tempel es dieser Art und dieser Stadt gibt. Und ich habe erst gedacht, dass sie sagt, ja. Stadt ist gut. Das ist doch total zerbombt hier. Das kann man doch nicht mal eine Stadt nennen. Ich meine, gut, vielleicht sehen alle Städte hier in der Gegend so aus. Aber, naja. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument dafür, dass es hier eine Stadt ist. so. Ähm, da rüber. Vielleicht da rum. Oh. Sieht ganz gut aus, ne? Da hoch. Und wieder ein Tipp. Hey, ich kann von hier das Hotel sehen. Ja, ich weiß. Ah, ja. Okay. Hier noch was. Ah, da ran, da oben. Okay. Häpp. Und häpp. Häpp. Und an die Wand. Genau. Rüber. Und nochmal rüber. Läuft. Sehr schön. Ab, 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 ab. Hier sind bestimmt gleich noch wieder ein paar Läutchen. Hm. Darüber. Habe ich da was vergessen? Es leuchtet da nichts, ne? Ne. Bei kann ich da oben hoch? Sieht nicht danach aus. Gut, okay. Da wieder ran. Okay. Oh, fuck. Du, dich. Gleich. Das stört die gar nicht, ne? Wie viele sind denn da noch? Ähm. Ja. Noch eine. Wieso? Ich bitte weg. Ich bitte weg. Verreckt doch, du Sack. Scheiße. Puh. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so viele Leute sind, die da gerade ankommen. Aber es sind zu viele. Gut. Nein. Äh. Wo hänge ich denn jetzt hier gerade? Auch nicht schlecht. Kann ich mich auf die Seite? Ah. Okay. Das geht nicht. Das ist zu hoch. Ist okay. Ist okay. Ähm. Hopp. Sehr schön. Ähm. Da. Runter. 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 Jetzt zieh ich mal hier in die Ecke. Ne, das will ich nicht. Okay. Das wird dir wehtun. Da räumt man ganz gut auf, ne? Ja, ich habe es zu spät gesehen. Ich habe es zu spät gesehen. Aber die Mucke ist trotzdem cool für die, äh. Ähm. Hallo? Das wollte ich doch gar nicht. Du solltest dich hochziehen. Für die Sterbeanimation, meinte ich. Ist die Mucke eigentlich ganz cool. So. So. Die ist bitte ans Schild und runter. So. Ich muss da wieder hin. Weil die Waffe ist gut. Nachher. Aber ich habe ja auch noch ein paar Granaden. Ach, fuck. Weg, 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 weg. Ja, schmeiß doch. Ach du. Ich komme hier auch nicht weg. Lass das Teil doch los, verdammte Kacke. Boah. Ha, 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 ha. Komm hoch. Komm hoch. Habe ich gesehen. Arschloch. Ist hier noch was versteckt an Munition? Außer jetzt diesem komischen... Nein, genau die Dinger will ich nicht. Die Nerven. Oh. 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 Ich habe keine Muni mehr, ey. Gut. Ach, fuck. Ich bin etwas unter Druck hier. unter irgendeinem Stress. Oh, der ist schon mal weg. Noch einer. Ja. Ich habe wieder keine Muni. Okay, jetzt muss ich die nehmen.